So, da wären wir wieder am Firelink-Schrein. Ich habe beim Schneiden gestern gesehen, dass ich eine Abzweigung übersehen habe. Das ist die falsche Richtung. Das ist, wo es weitergeht. Wie geht es denn hier wieder zurück? Ich habe runtergekommen. Ich bin von hinterher runtergekommen. Hier geht es zurück. Vielleicht nicht falsch. Hier geht es zurück. Ich bin ja doch nach oben gelaufen. Vielleicht ist das doch der Ausgang. Das kommt alles unbekannt vor. Also, was ich gesehen habe, ist, dass es kurz bevor man zu Richter Gander kommt, ein Abzweig noch gibt, den ich nicht lang gegangen bin. Ich wollte jetzt der Vollständigkeit halber da noch mal hin, aber ich merke gerade, ich bin zu doof. Was steht denn hier? König Lothric. Da oben, da geht es doch mal los. Da geht es doch mal los. Auf, 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 auf. Und wieder runter, runter, runter. Das sieht gut aus. Das ist die Boss Arena. Der Friedhof der Asche. Können wir jetzt hier auch leveln? Oder geht das nur bei der Firekeeperin? Das ist doch schon mal eine interessante Frage. Okay, vielleicht geht das nur bei ihr. Sie hat ja auch gesagt, sie möchte gerne, dass man ihr Seelen bringt, die ihre Gefäße verlassen haben. Ich nehme an, sie spricht von Mord. Also hier von. Super optimal. So, mal gucken, ob ich recht habe. Ach, komm, 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 komm. Halt mal auf mit dieser Gewalt immer. Hier, jetzt habe ich auch noch eine Botschaft. Wild Dashing Jump. Genau, why would you tell me that? Wild. Aha. Ja, da kommt es noch nicht drauf. Okay. Ähm. Was ist neu? Left Button Dricking While Dashing. So, ah, ist aber vorbeigesprungen. Let's try that again. Ich hoffe, es ist wert und nicht nur ein 10 Pfennig Stück. Okay. Dass man das noch kennt. Hm. Ah. Shit. Okay. Noch einen dritten Anlauf. Ob sie, ob sie. Ob sie, ob sie. Ob sie, ob sie. Was war das, was wir von der Schnecke bekommen haben? Ist natürlich keine Schnecke gewesen, sondern sah eher aus wie eine Eidechse, wie ich gestern im Video angucken gesehen habe. War das auch ein Chart? Ne, das war ein Scale. Soul Transposed Weapon. Reinforced Soul Transposed Weapon. Eine Seele, eine, eine Waffe mit geänderter Seelentonart. Und tatsächlich gibt's eine musikalische Komponente in Dark Souls 3. So. Okay. Und soviel dazu. Dann fangen wir jetzt mal mit den Fragezeichen an. So. Aber ich auch nicht. Meine Pfütze. Ein totes Tier. Und ein Schein. Ember. Ein bisschen nichtssagend, aber gut. Das ist ein Ember. Gut, dass wir danach nachgeguckt haben. Auf dieser Seite. Ich weiß auch nicht. T-t-t. Sorry. I apologize. Noch ein Ember. Okay, das ist gar keine... Das hat nichts mit den Dark Souls 1 Embers zu tun. Sondern das ist eine ganz neue Sorte. von Zeug und Blödsinn. Und ein Homeboard bauen. Okay. Damit scheinen wir jetzt hier... Die Sache erst mal schröpfen zu haben. Und wo war ich wahrscheinlich gerade? Und Gucci gut. Jetzt haben wir was. Da. Da. Äh. Oh... ... Äh. Was weiß ich nicht noch einmal? Ich gehe ja unten. Hey! Scheiße, was du denn für einer? Hey! Hey! Okay! Ich bin schon noch nicht ganz für ausgestattet! Aaaaah! Lass mich in Ruhe! Shit! Wo ist schon wieder leer? Ne! Ohne mich! Ja, das ist was dabei rauskommt. Wenn man keinen Walkthrough hat, dann geht man ständig irgendwo hin, wo man eigentlich noch gar nicht hingehört. Und guckt aus der Wäsche. Wobei ich mir ungern sagen lasse... Hm. Dann versucht man einen noch. Oh, diese Vierer-Kombo, die der hat, dem hab ich noch nicht viel entgegenzusetzen. Da reicht meine Endurance schließlich aus. Um das zu blocken. Weil so Chance ist, dass er offensichtlich sehr schnell gestagert ist. Schließlich muss ich parieren. Ja, dann geht das nicht. Kommt drauf an. Aaaaah! Was? Vielleicht jetzt nicht der richtige Gegner, um das Parieren zu üben, aber irgendwas das hab ich offensichtlich nicht verstanden. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dabei war das Geräusch da. Es wär ja kein Dark Souls. Wenn man hoch... ... ... ... ... ... ... ... ... Wenn ich regelmäßig stürbe... Hä? Was hat es damit auf sich? Schöne Frau... oder? Where the homes of the Lords converge. Aha. Der Firekeeper... Denkt nicht mit. Aber das ist das kleinere... Hä? Das ist sehr merkwürdig was hier vorgeht. Okay. Ähm... Ich bringe meine Seelen zurück. Ah... Lass mich in Ruhe. Ah! Was ist denn das? Was sind denn das für Attacken? Das ist doch albern. Wir können ja fünfmal in Folge angreifen. Ja, okay. Wir sprechen uns später. Hm... Okay. Hier gibt's einen Weg. Und da im Untergrund gibt's einen Weg. Hier geht's auch nochmal lang. Da hinten ist auch schon jemand. Einen. Bist, wenn Sie nicht kommen. Wie alt ist der Quote? Wie alt ist der Quote? Sie bleiben. Sie bleiben. Sie bleiben. Und im projects Stern. Sie bleiben... Sie bleiben. Ein weiteres zu veranaßem. Sie bleiben. Sie bleiben. Sie bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. ...wahl ein ratloser Spieler, dreimal an derselben Stelle vorbei rennt. Aber jetzt wird das hoffentlich anders, denn jetzt sind wir ja gleich in einer Gegend, in der das vermutlich ein bisschen geführter ist und die Feinde auch einen Hinweis darauf geben, wo es lang geht. So, Highwall of Lothric, here we come. Hier. Eine unkaputtbare, mindere Wessel. Und können Ausgaben. Da, da, Ausgaben. Wie. Schick. Hübsch, hübsch, hübsch und erstaunlich groß. Okay, da unten stehen unangenehme Gestalten rum. Schlechte Gegend. Sucht euch da keine Wohnung, die sind billiger als anderswo, aber da treibt sich Gesindel auf der Straße rum. Und direkt am Bonfire. Auch nicht verkehrt. Und jetzt was? Was willst du von mir spielen? No happiness ahead. Okay. Dann wird wohl die Happiness in der anderen Richtung sein. Auch keine Happiness? Ja, auch keine Happiness, sondern nur kaputte Stühle. Oh. Guten Tag. Oh, Edelstein. Direkt zwei Möglichkeiten. Wenn ich das richtig sehe, ist das einfach... Ne, da geht's wahrscheinlich unter der Treppe wieder drauf. Offensichtlich. Bünde sind unangenehm schnell. Soll ich hier alles starten oder steht die Hälfte von euch gleich auf und nöblich? Ne. Waffst du ein Hundi? Waffst du ein? Huch. Den habe ich gar nicht gesehen. Trotzdem tot. Die Starten sind auf dem Bad Starten. Was soll ich denken? Gleich stehen sie alle auf. Echt? Diese Axt saugt. Das ist eine zerstörbare Mauer, ne? Bin ich Secret Paranoid? Okay. Das ist... Fangen wir mal mit dir an. Huch. Fangen wir mal mit dir an. Fangen wir mal mit dir an. Ach. Fangen wir mal mit dir an. Was ist das denn? Ja, während ich gerade hier mal kurz tot bin, kann ich ja ein paar Worte verlieren über meine Idee, das Ganze zu einem Test für stoische Haltung zu machen, weil natürlich das Prinzip dieser Spieler ist, dass man frustriert wird, dass man die ganze Zeit mit sehr schwer handhabbaren Situationen zu tun hat. Oh boy. Das Lock-On ist immer noch so kaputt wie im ersten Teil. Wer schießt hier mit Pfeilen? Was soll aber auch nach oben? Ich erinnere mich. Und die Kunst ist natürlich diese Rückschläge. Das ist ja so ein bisschen auch das Design- und Spielprinzip. Das Ganze basiert ja mythologisch sehr auf Lovecraft und Cosmic Horror und dieser Idee, dass der Mensch im Universum feindlichen Kräften ausgesetzt ist und es eigentlich wenig Positives gibt, sondern alles sich verschworen hat zu Tod und Verderben. Eie, eie, eie. Wieso bist du denn jetzt hier raufgekommen? Agro-Pups. Ja, dass das Universum sich verschworen hat und einem gemeine Skelette die Treppen raufschickt, wenn man nicht damit rechnet. Was wollte ich? Eieieiei. Hey! Ja, wie gesagt, ein sehr faires Spiel. Das ist natürlich eine interessante Frage, ob der dadurch entsteht, dass ich da jemanden umbringe. Oder ob ich ihn damit nur quasi wecke. Und ein drittes Mal. Verharrn. Weg mit dem Bogenschützen. Sehr schade, dass das befriedigende Geräusch mit dem die Seelen in meinen Speicher gehen. Ausgenommen worden ist. Mal mal etwas angenehm Meditatives. So weit so gut. Ich mach dich Hackfleisch. Du böse. Ja, wie gesagt, die Design-Philosophie Cosmic Horror. Ach, Schade vergessen. Hm. Ich weiß noch nicht, was das bedeuten hat. Aber so kann man diesen Monstern direkt das Reinspawnen verbieten. So ein bisschen. 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 Offensichtlich kann man da nicht drüber klettern. Das sieht man ja. Das ist ja so gut. Ja. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. Okay. So ein bisschen. Also. Da kommen wir bestimmt dann irgendwann raus. Dann gehen wir mal, ah da wird er da wieder sein. Wo der höfliche Typ von vorhin ist. Man mag ihn. Ey! Besser war er. Jetzt hab ich mal eine bessere Waffe herkriege, das ist ja so. Nee, warte und warte. Na. In der linken Hand. Woran hängt es denn, warum kann ich ihn nicht benutzen? Dexterity. Ja. Na gut, daneben keinen Bogen. Auch eine Sackgasse. Na, das läuft ja alles super. Dann wird es wohl da weitergehen, wo Happiness erhält stand. Das stimmt, was wird hier denn noch? Warte! Das ist immer noch dran. Das ist immer noch dran. Weird. Beware of Spouse. Oh mein Gott. Meine Seele. Alles voller Seelen hier. Ich wüsste in den Augen, warum sind hier ständig... Liegen alle am Boden, deswegen seh ich die nicht. Ich wüsste in den Augen, was anders. Ich wüsste in den Augen, was anders. Hey! Ich würde allmählich ein bisschen bessere Ausrüstung begrüßen, eine vernünftige Waffe. Oder aber auch gerne mal ein Schild, das nicht aus Pappe ist. Das erste Mal, dass es tatsächlich auch ein bisschen gefährlich ist, ob ich die Seelen wieder bekomme. Das ist ja ganz schön, dass es dann doch beim zweiten Mal erheblich schneller immer geht. Wenn man sich nicht mehr von uns in die Hose noch nicht macht. Das mit dem Timing müssen wir noch ein bisschen üben. Hier unten geht's noch weiter. Das Erkenntnis genommen. Na. Leute! Wo kommen die denn her? Ich weiß nicht, ob das interessant anzuschauen ist, was ich hier betreibe. Das ist wahrscheinlich für Leute, die das Spiel kennen, ganz interessant zu sehen, wie man sich anstellt, wenn man es nicht kennt. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen so viel zu historischen Challenge genervt, was die Wiederholung angeht. So, diese betenden Gesellen müsste ich ja gar nicht alle abmorksen. Aber er nimmt nicht gerne die Seelen mit. Wer schmeißt jetzt doch gar keinen Sinn, wo kommen denn diese Feierbomben her? Ist doch einer? Da ist hier übrigens niemand. Der Mann hat mich entdeckt. Die wird schon wieder los. Wo kommen die her? Aha! Aha! Verbrecher! Das ist schlecht. Ich hab keine Fernkampfwache. Doppelt schlechtere Typen nicht kommen. Na gut. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr rein. Ist jetzt mal gut! Da muss ich jetzt auch ein bisschen mehr rein. So ist das ein bisschen mehr rein. Ich kann ja nicht mehr rein. Was benötigt. Wenn es sich wieder zu sehen, ist das ein bisschen mehr drin. Was? Wenn ich das nicht mehr reinfiern kann. Okay. So, das geht. Ich könnte einfach mehr reinfiern. Ach, ihr da, das gibt's doch nicht. Also... Was für sinnlose Dreifach-Attacken? Also ein bisschen... Ich kritisiere Ungarn, aber das ist ein bisschen billig. Also nochmal das Ganze. Himmel, Herrgott! Das ist wieder typisches Dark Souls-Gegner-Design. Einzelne sind die... Vollkommen lächerlich. Und sobald sie zu mehreren sind oder man nicht aufpasst, macht es ruckzuck überhaupt gar keinen Spaß mehr. Diese drei Astus Flasks bin ich auch nicht begeistert von. Okay, dann fahren wir mal mit den blöden Bomben. Wir fahren an mit dem Durchgang. Ach komm, was ist denn das für... Uh, Fähre! Ich erwartet da nur, dass alle die Treppe raufkommt. Endlich habe ich meine Fernglas wieder... Das habe ich, glaube ich, zweimal benutzt in Dark Souls 1. Ah! Jetzt brauche ich eine andere Zeit. Nein. Scheiße. One Hang Star, auch wieder Dexterity. Okay. Würdest du mal blocken, bitte? Was ist denn das? Uff! Verstehe ich hier irgendwas falsch? Ich habe Endurance ausreichend und er blockt nicht. Das Schild geht hoch, aber gerade nicht. Ja. Wahrscheinlich gibt es ja hier auch wieder sowas wie das Black Knight Sword. Das war der Walkthrough von Phyton Cowboy, dem ich gefolgt bin. Der sich relativ früh die Requirements für das Black Knight Sword, Great Sword, verarbeitet hat. Wieder erst den Firebomb-Typ platt, auch wenn dann die Seelen da noch liegen. Jetzt ein bisschen aufpassen wegen dieser Scheiße. Das ist echt billig. Billige, gescriptete Jumpscares. Ich bin nicht begeistert. Und wahrscheinlich gäbe es ja auch hier irgendeine Waffe, mit der man diese untote Brigade hier ein bisschen besser unter Kontrolle... Aber das gibt es doch nicht! Und so habe ich denn das Schild! Ich verstehe irgendwas. Ich bin nicht über das Blocken in diesem Spiel. Ich bin locked on, ich blocke und trotzdem treffen sie nicht. Ich muss mal gucken, was das eigentlich für ein Schild ist. Stability 51. Falsch, schon relativ viel. Zumindest war es das in Dark Souls 1. Was? Nun ja. Scheine nicht möglicherweise was falsch auch rein. Wenn das mal nicht irgendwann zum Leben erwacht. Das Knirschen nicht hier. Hm. Was ist das? Das ist nur die Frage, welchen Preis ich dafür bezahle. Weil ich glaube, wo ich jetzt hier bin, das ist wahrscheinlicher der Eingang, wo die Treppe runterführt von da oben. Hier drüben. Tritt ja nix. Na ja, alles absolut. Wunderbar! Stimmt noch jemand? Lass mich helfen. Lass mich helfen. Bleib doch sitzen. Jetzt runter, hier leuchtet was. Das nehmen wir mal mit. Ah! Feuerbomben, Feuerbomben, Feuerbomben. Was ist damit, woraus ich jetzt? Also! Meine Koordination ist nur sehr zu wünschen, ja ruhig. Aber anderen um. Das ist nur eine Vorschau. Also Vorschau. Okay, Zeit rauszufinden, wie man... ... ... Ashen-Astis-Flask Restores Fp 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 Strength of Flame boosting HP until Death Aha Decenten Items Okay, I don't know Let's save it Locken Könnte ich Das ist wahrscheinlich mit Schluss Verschwendung einer Feuermonde, wenn ich die jetzt so drauf werfe Bloodstain Was ist passiert? Hm Hm Oh, es wäre irgendjemand von oben hinterher gekommen Ich hab jetzt nicht mehr so viel Estes überhört, wenn ich heute ein Bonfahrer kommt Hier umdrehen Dann pack ich an Du Wurst Okay Bullshit Arsch das schon wieder come on what here here Oh shit! Oh shit! Ich muss das nicht umgehen, ich muss es nicht umgehen. Shit! Supertiming! also auf der plusseite bislang noch kein einziges mal gestorben und dabei alles verloren auf der minusseite bislang erstaunlich oft gestorben ich könnte das spiel halbwegs, aber das bislang ist im mittel unten habe ich das das müssen wir jetzt noch nicht drücken müssen direkt schön runter gehen können alles nötig reicht der weg mit dem archer führt sowieso nur darauf zu dem zwischenboss, da wird wahrscheinlich noch das bomb fallen sein let's see bin ich jetzt ein bisschen mehr mit health ausgestattet bei diesem durchgang die sind bullshit Bogenschützen genau auch noch mal quatsch auch noch mal quatsch hmm light crossbow kann ich den benutzen das kann ich den benutzen dann muss doch gar nicht so doof das kann ich den benutzen kann ich den Noch ein nutzloses Schwert So, jetzt bist du fällig Oh Mann Hast du davon Das hast du davon 5.000 Seelen Die würde ich ganz gerne mal ausgeben, bitte Okay, ist das jetzt? Es ist Black Knight Lass uns bitte zur Zauberei auf sich Ey! So, wir warten bis ich soweit bin Tada! Tadda! Das ist jetzt Oh! Ah! Okay Das ist ein Peskus-Charme Schnell ich das richtig gesehen Das ist jetzt Das ist jetzt Das ist jetzt Das ist jetzt so So, so, aha Langsam Könnte mal annehmen Aha! Vorbeigesprungen! Idiot! Die Weichthümer stapeln sich nur so Auch nix Will ich hoffen Jetzt sind wir auch noch Zeit Vielleicht zwei Bonfire ahead Was haben wir hier noch das? Hm Hm Jetzt wird's ein Bonfire Da ist es So, jetzt ist die interessante Folge Trago? Attunes? Ja, oh Man kann nicht leveln, dazu muss man offensichtlich zum Firelink-Schrein zurück Ah, aber man kann zu jedem Bonfire Ja Wechseln War's doch schön Dann würde ich sagen Investieren wir doch mal, was wir gewonnen haben Sehen zu, dass wir dieses Schwert benutzen können Die Sache vielleicht ein bisschen leichter wird